An alle Einsatzkräfte, am Bahnübergang auf der Zufahrtsstraße von Meiersfels zum Rutschdorfer Wald kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Güterzug. Alle Einsatzkräfte begeben sich umgehend dort hin. Florian 3 an Leitstand, melde Einsatz angenommen. Legt mal nen Zahn zu. Dann machen wir gerade mal hier noch runter, duschen und dann sowas hier. Ach man, ja, ja, ja. Kommt, legt mal nen Zahn zu. Kommt, legt mal nen Zahn zu. Beeil dich, beeil dich. Beeil dich. Ja, um Fähig bin ich doch. Wir fahren heute in den Feuerwagen Florian 3 und, äh, ja, äh. Eingezogen nach dem Puschen. So ein Stress hier, mein Schatz. Früh Morgen hier. Was ist los hier? Mann, 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 Mann. Einmal im Kreis gedreht, auch nicht schlecht. Ich bin nämlich gerade schön, warum hier keine Musik kommt. Aber ich begrüße euch mal zu einer weiteren Folge von, äh, diesem Simulator. Wo wir schon frisch wieder den Endlanz geworfen werden, nachdem wir eigentlich gerade auch frisch schön am Duschen waren und so. Und, äh, ja, es ist wieder einer dieser Special Messungen, wo auch schon mehrere Raten von. Deswegen weiß ich auch nicht, wie lange die Folge sein wird. Also, das ist so ein Ding immer, wie lange die sind. Ich habe ja gerade nach jedem Schichtende mache ich quasi immer hier den Folgen Cut. Ähm, hat sich bisher auch gut bewahrheitet. Oh, Mensch, die Mission schon ein bisschen kurz erschienen, also einige von euch. Aber, äh, ich muss ehrlich sagen, das war mir in dem Moment fast egal, weil... Ich kann ja die Folge nicht länger machen, als sie ist. Die müsste ich jetzt irgendwie die Ladebotschirme überbrücken und das will ich endlich gar nicht. Das ist dann so ein Punkt, die ich dann echt, ähm, naja, ich muss nicht sein. Florian 3 an Leitstand. Melde Fahrzeug am Einsatzort eingetroffen. Alter! Ach, du Scheiße! Mal ein bisschen löschen hier. Hoch. Wie ist das? Ja, ja! er hat uns hier rauskramm ne? naja ah schon auf die Tür ne? hat er schon... ach mein Gott die lieben Kollegen denken an ihn mit aber was mit der Erdungsschie hast du ob ihr noch? hier drüben! ach da! den hab ich nicht gesehen ja 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 wieder los gut bist du ruhig hier? hallo? hier drüben! man 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 voll Stress hier am frühen Morgen, Freunde weinen auch noch mal raus krankenwang suchen du bist nicht der krankenwang krankenardo hier hinten ist irgendwo da steht sie rum hier nimm mal lösche den brennenden Zug naja dafür sind wir da dann bin ich nicht im Zug da sein hier hier Das ist ein Verlula. Oops. Das sieht ja gut aus, das sieht sehr gut aus, wunderbar, wunderbar, oh, und die Maus hoch sieht man schon wieder mehr, ei, 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 Ich muss noch mal ein bisschen Platz, wir müssen noch ein bisschen Offroad fahren. Erinnert ihr euch noch an dieses Video, was wir auf unserer Facebook-Seite gepostet haben? Äh, ja. So, mein Auto anabraub, anabraub! Nein, 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 nein. Ah, mein Werkzeug. Mein Schnellenländer! Muss doch alles in der Feuerwehr anscheinend. Mechaniker und Üzerleisen. So, Motor überauf. Abgeklemmt. Batt, ich mach mal aus die Batterie. Ah, ja, da noch Handgriff und, aber, oah, fing her nicht klemmt. Was macht ihr denn hier bitte? Ich weiß nicht, was du vorhast, hier Kumpel, aber es ist schön, dass du die Straße gießt. Finde ich sehr gut. Freut mich. Finde ich sehr exorbitant. Wir gucken uns mal ein bisschen um. Ich wollte immer schon so eine Lok mitsteigen hier. Die sind übrigens die Loks aus dem Trainsimalator und da hast die Lokführer ja nicht alle fahren können. Das ist mir genau so wie mir sieht man an diesem Beispiel hier. So, wir packen mal den Schrauben direkt aus der Hand hier. Wollt ihr Ende nicht, aber egal. Freunde, ich sage uns, wir sind in nächstes Mal wieder im nächsten Netzplay zu. Vor allem bei diesen Notion 2000.